Gestatten, Sabath mein Name, Jack Sabath, ich bin Metal Detektiv. Morde und Heavy Metal sind meine Spezialgebiete, zugegeben etwas sehr speziell und ich habe auch nicht wirklich viel zu tun. Untreuen Ehefrauen hinterher schnüffeln, die mit Hip-Hop oder Schlager fremdgehen, geklauten Songideen auf die Schliche kommen oder vermisste Bandmitglieder aufspüren und aus Bars und Kneipen zurück in den Proberaum schleifen. Mit solchen Jobs halte ich mich über Wasser. Damit genug Kohle für die Miete reinkommt, muss ich hier und da als Theke oder Roadie ackern, aber dafür bin ich mein eigener Herr. Das ist ja auch was wert, vermute ich mal. Wirklich große Dinger werden eigentlich nicht gedreht und Morde sind eher die Ausnahme. Klar, wenn eine Band mal wagt, etwas Neues auszuprobieren, hagelt es Morddrohung, aber durchziehen tut das natürlich keiner von diesen waschlappigen Internet-Trollen. Im Großen und Ganzen bin ich im Detektiv-Business ein kleines Licht, so im Sinn einer flackernden Leuchtdiode hinter einer Milchglas-Scheibe. Umso überraschter war ich, als es ausgerechnet der Chefbulle unserer heutigen Stadt war, der mich aufsuchte, um meinen Rat einzuholen. Ich war gerade dabei, meiner Büroarbeit nachzugehen, das heißt, ich trank billigen Bourbon, rauchte eine selbst gedrehte und auf dem Plattenteller rotierte Venue von Caracas. Vielleicht kam er ohne zu klopfen rein, vielleicht hatte ich's einfach nicht gehört, weil die Musik wirklich vielschlaut war. Wisst ihr, Musik kann man nur wirklich genießen, wenn sie laut ist, denke ich. Deswegen drehe ich immer bis auf 10 auf, nicht 10 an der Anlage, 10 auf der gottverdammten Richterskala. Cooler Spruch, finde ich, das mit der Richterskala. Habe ich von meinem Kumpel George ausgeborgt. Der hat es mit der Lautstärke so richtig übertrieben, hat seine Anlage getunt bis zum Gehtnichtmehr. Der Freak hätte am liebsten noch einen Kernreaktor und einen Fluxkompensator verbaut, wenn ihm das ein paar Dezibel mehr gebracht hätte. Crazy Typ. Irgendwann kam dann aber die Quittung. Er hatte wie immer voll aufgedreht und das ganze Haus vibrierte. Was der gute alte George leider nicht wusste, war, dass sich in seinem Garten ein Blindgänger aus dem bösen, alten WK2 verbarg. Und als die Vibrationen den Garten durchmulchten, da erwachten die Liebesgrüße aus den US of A zu neuem Leben. Das machte Bumm und das war es da mit George Scarport und sein Gehör war dahin. Armer alter George. Naja. Jedenfalls saß ich da mit dem Bourbon in der Hand und traute meinen Augen nicht. Da stand tatsächlich Kommissar Trautling in meinen bescheidenen Hallen. Genervt wies er auf meine Turntable und sagte etwas. Von seinem Lippen las ich die Frage, ob er das vielleicht mal ausmachen könnte. Und wenn der Obermufti der lokalen Polente sich was wünscht, ist mir das Befehl. Ich schaltete die Anlage aus. Sofortige Ruhe und ein leises Piepen setzten ein. Trautling atmete erleichtert auf. Dem Himmel sei Dank, entfuhr es ihm. Wie kann man nur solch ein Krawall hören? Vorzugsweise mit den Ohren und dem Herzen, dachte ich, aber hielt die Klappe. Ich ignorierte geflissenlich seine Ignoranz gegenüber der hohen Kunst des Grind. Stattdessen lud ich ihn mit einer Geste ein, auf dem Stuhl auf der anderen Seite meines Schreibtisches Platz zu nehmen. Was führt sie in mein bescheidenes Büro, Herr Kommissar? Er setzte sich, nicht ohne vorher misstrauisch, die Sitzfläche des Sessels zu inspizieren, der zugegebenermaßen schon bessere Zeiten gesehen hatte. Deutlich bessere Zeiten. Als er Platz genommen hatte, ging der Uniformierte sofort in Medias Res. Nun, Herr Gottlieb, mit einem gequälten Grunzen und einer Geste unterbrach ich ihn. Bitte entfuhr es mir in einem eindeutig zu unfreundlichen Ton. Das laute Aussprechen meines Sklavennahms hatte auf mich denselben Effekt wie auf andere das Kratzen von Fingernägeln auf einer Schultafel. Ich riss mich am Riemen und fuhr sanfter fort. Bitte, Herr Kommissar, nennen Sie mich doch einfach Sabath. Der Polizist sah mich einen Moment mit unbewegter Miene an. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun, sagte er kühl. Na gut, wie Sie wollen, lenkte ich ein. Nun denn, Herr Gottlieb, hub er erneut an und ich vermeinte bei meinem Namen einen leicht sadistischen Unterton zu vernehmen. Ich kann wirklich nicht glauben, was ich jetzt sage, aber es ist nun mal so. Ich meine, wir brauchen Ihre Hilfe. Meine Hilfe? Ich versuchte, meine Überraschung und Freude zu verbergen, aber wohl vergeblich. Trautling ignorierte es. Ja, sagte er mit hörbarem Widerwillen. Ich, äh, wir benötigen Ihre Szenekenntnisse. Szenekenntnisse? In der Rockerszene. Oder wie immer Sie diesen Krach nennen, den Sie immer hören. Das ist kein Krach, das ist Heavy Metal. Meinetwegen, der Kommissar seufzte leicht genervt. Haben Sie von dem Toten gehört? Letzte Woche auf dem Konzert im alten Schlachthof. Ich nickte. Ähm, ja, der Typ, der sich Backstage lang gemacht und das Genick gebrochen hat? Ja, wirklich eine schlimme Sache. Hat glatt die Hauptband verpasst und ja, haben richtig geil abgeliefert an dem Abend. Armer Kerl. Aber inwiefern kann ich Ihnen da helfen? In der Zeitung stand, dass es ein Unfall war. Trautling nickte. Das haben wir auch zuerst geglaubt und deswegen ist das so an die Presse rausgegangen. Aber einem der Beamten vor Ort kam das Ganze seltsam vor. Es sah zwar so aus, als wäre der Junge eine Stahltreppe hinabgestürzt, aber die war eigentlich nicht hoch genug für einen tödlichen Unfall. Und auch die Position der Leiche entsprach nicht im Bild eines Sturzes. Also wurde eine Obduktion angeordnet und siehe da, es wurde nachgeholfen. Irgendjemand sehr kräftiges hat dem armen Kerl mit bloßen Händen das Genick gebrochen. Oh wow. Ich nahm einen Schluck Bourbon. Das war brutal. Und nicht die coolart von brutal. Der Polizist fuhr fort. Aber es kommt noch dicker. Kaum hatte ich den Befund vorliegen, erreichte mich die Mail eines Kollegen aus Hamburg. Dort war ebenfalls ein Mann mit gebrochenem Genick gefunden worden, diesmal auf dem Klo einer Rockkneipe. Wir forschten nach und kamen insgesamt auf bislang sieben Todesfälle in zwei Monaten. Er hob seine altmodische Ledertasche auf den Schoß und holte eine Fallakte hervor, aus der er großformatige Fotos hervorzog, die er vor mir der Reihe nach auf den Tisch legte. Es waren die Bilder von fünf Männern und zwei Frauen. Sie waren verschieden alt, sahen völlig unterschiedlich aus, aber sie hatten zwei Dinge gemeinsam. Sie waren erstens eindeutig tot, worauf nicht nur ihre unnatürliche Kopfhaltung hinwies, und zweitens trugen alle T-Shirts zu Metalbands und Jeanskutten mit entsprechenden Aufnähern. Eine hatte Corpse Paint aufgelegt gehabt und einen Moment fragte ich mich, ob es bei einer Leiche nicht Corpse Corpse Paint heißen müsste, aber ich schüttelte diesen albernen Gedanken ab. Ich sah mein Gegenüber an. Jemand tötet Heavy-Metal-Fans, fragte ich heiser. So sieht es aus, deswegen bin ich bei Ihnen. Wir stehen vor einem Rätsel, sieben Opfer, sieben verschiedene Städte. Er mordet in Hinterzimmern auf von Kneipen, Backstage bei Konzerten oder in ihrem Zelt auf einem Open Air. Sie haben nichts gemeinsam, außer ihrer Lieblingsmusik und der Vorgehensweise des Mörders. Gibt es denn irgendwelche Spuren? Trautling schluckte hörbar. Etwas behagte ihm ganz und gar nicht, er zog ein weiteres Foto aus der Akte. Ja, haben wir. Es konnten an fast allen Opfern Fingerabdrücke gesichert werden, aber das macht es nicht einfacher. Im Gegenteil, wir wissen einfach nicht, was wir davon halten sollen. Er sah auf das Foto, dann reichte er es mir zögerlich rüber. Ich betrachtete es. Es waren Fingerabdrücke, leicht vergrößert. Ich langte in meine Schublade und holte eine überdimensionale Lupe hervor, um sie genauer zu studieren. Als ich meine Augen an die Vergrößerung gewöhnt hatten und ich sah, was dort abgebildet war, stockte mir der Atem. Was zur Hölle entfuhr es mir. Was ich sah, waren durchaus Fingerabdrücke. Aber es war nicht das gewohnte Bild aus Linien und Schleifen, wie man es erwarten würde, und wonach es auf den ersten Blick aussah. Es war ein sich wiederholendes Muster aus kleinen, kringeligen Ziffern. Immer in Dreiergruppen angeordnet. Immer die gleichen Zahlen. Es waren die Ziffern 666. Ich stand auf meinem Balkon, der eigentlich nur der Notausstieg vor meinem Bürofenster war, und rauchte mit zitternden Fingern die dritte Selbstgedrehte in Folge. Misstrauisch sah ich über meine Schulter in meinem Büro, wo die Kopien der Fingerabdruckfotos und die Akten, die mir Trautling überlassen hatte, noch auf dem Tisch lagen. Sie beunruhigten mich, obwohl es nur geduldiges Papier war. Keine Ahnung, was ich erwartete. Das grüner Nebel daraus emporstieg oder sich ein Feuerring auf meinem Tisch bildete, in dessen Mitte irgendein gehörter Dämon beschworen wurde. Ich kam mir vor wie eine katholische Klosterschülerin, die man das erste Mal in einen Splatterfilm geschleppt hatte. Ich schnippte die Kippe in die Nacht und richtete mich auf. Reiß dich zusammen, verdammt raunt dich ins Dunkel. Ich bin Detektiv. Heavy-Metal-Detektiv. Das war der Fall, auf den ich immer gewartet hatte. Naja, eigentlich hätte ich dabei eher an einen ermordeten Rockstar gedacht, bei dem schließe ich den windigen Manager oder die eifersüchtige Ehefrau als Mörder oder Mörderin entlarven würde, und dann würde ich auf den Covern der Fachpresse von Rockhart bis Rolling Stone als Held des Jahres gefeiert. Das hier war etwas anderes. Was genau, wusste ich allerdings nicht. Diese Fingerabdrücke wollten mir nicht aus dem Kopf 666. Ich hatte gegenüber Trautlingen spekuliert, dass irgendjemand sich einen üblen Scherz erlaubt hätte, dass sich da einer chirurgisch die Abdrücke hatte ändern lassen, aber das hat er schon überprüft und dazu war niemand heutzutage technisch in der Lage. Dass es sich um Latexhandschuhe handelte, die man entsprechend designt hatte, war auch unwahrscheinlich, da die Spuren Körperfette aufwiesen, die es eigentlich nicht geben könnte, wenn man Handschuhe nutzt. Trautling war schon eine halbe Stunde fort. Seither hatte ich noch keinen klaren Gedanken gefasst. Alles rauschte mir chaotisch und ungeordnet durch den Schädel wie eine sehr schlecht eingespielte Band. Ich musste mich zusammenreißen. Der Kommissar hatte mir eine Honorare in Aussicht gestellt, wenn ich schnell Licht in die Sache bringen könnte. Die Kohle konnte ich gut gebrauchen. Mit dem Büro hing ich zwei Monatsmieten hinterher und meine Bourbon-Vorräte neigten sich ebenfalls dem Ende zu. Dann könnte ich mir die Situation nicht mal mehr schön saufen. Ich beschloss erstmal einen Kaffee zu machen, um den Kopf klarzukriegen. Ein Serienmord in der Metal-Szene, das war neu. Klar, war hier und da gemeuchelt worden, aber das waren in der Regel Einzeltaten. Hier eine falsche Abrechnung bei den T-Shirt-Verkäufen, dort Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung satanischer Schriften, da rutscht schon mal eine Axt oder Machete aus. Aber dass jemand systematisch Metal-Fans umnietete, erschien mir wenig plausibel. Während die Kaffeemaschine asthmatisch röchelte und dampfende braune Flüssigkeit in eine Kanne erbrach, wischte ich mein Whiteboard sauber, musste mir dann aber eingestehen, dass das lange nicht genutzte Detektiv-Utensil inzwischen eher ein Greyboard war. Zunächst galt es einen Kreis von Verdächtigen zu erstellen, damit ich überhaupt einen Plan hatte, wo ich mit den Ermittlungen ansetzen sollte. Brainstorming war angesagt, einfach mal den Gedanken freien Lauf lassen. Wer würde Metal-Fans ermorden? Ganz oben in der Liste notierte ich katholische Kirche. Ich ließ die Worte auf mich wirken und dachte dann nochmal über die Opfer nach. Das waren erwachsene Männer und Frauen, keine kleinen Jungs und es gab keinerlei Anzeichen für sexuelle Übergriffe. Ich wischte die Worte wieder von der Tafel und schrieb stattdessen irgendein Irrer hin. Das war, glaube ich, der Fachbegriff für Leute, die einfach andere Leute kalt machen. Aber selbst die kaputtesten Serienkiller hatten meist ein Beuteschema. Und hier war es nur die Liebe zu harter Mucke. Reichte das für eine Fixierung? Geschlechter, Erscheinungsbild, Haarfarbe, soziale Herkunft, Größe, alles andere schien keine Rolle gespielt zu haben. Ich klebte mit Tesafilm die Kopien der Tatortvotos an das Board. Trautling hatte sie mir dagelassen, nicht ohne mich vorher wissen zu lassen, dass er mir den Arsch bis zur Fontanelle hoch aufreißen würde, sollte eins dieser Fotos irgendwann als Cover-Artwork oder Tourplakat für einer meiner, Zitat, Totschlägerkapellen genutzt werden. Ich betrachtete sie. Eine Blondine im klassischen Satyricon-Shirt, ein dicklicher mit 40er, er lag auf dem Bauch auf dem Rücken seiner Kuttebranken ausschließlich auf Nähe von Benz, die irgendwann in den 1980ern eine EP oder Single rausgebracht und sich dann sang- und klanglos aufgelöst haben. Salem's Law waren die noch mir bekanntesten Vertreter, die hatten immerhin ein ganzes Album in der Diskografie. Ein schlagsiger Typ mit Arschlanger-Matte und Megadeth-Shirt, ein älterer Iron Maiden-Fan, eine kleine stämmige Frau mit Thrasher-Kutte, ein Typ, dessen über den Bierbauch stramm gespanntes Textil das Alien von Tanker zierte, einer, bei dem nicht nur das ausgewaschene Misfit-Shirt, sondern auch das rar gewordene Kopfharr auf eine langjährige Treue zur Musik hinwies. Die sieben Opfer hatten eigentlich nichts gemeinsam. Sie arbeiteten allesamt, sofern sie arbeiteten, bei Firmen, die nichts miteinander zu tun hatten. Erst hatte ich den Gedanken, dass sich der Täter vielleicht bei einer Band finden könnte, die Stress mit der Konkurrenz hatte, aber erstens hatte niemand mit all diesen Bands derartigen Zoff und zweitens war das hier immer noch die Metal- und nicht die Rap-Szene. East Coast gegen West Coast gibt es bei uns höchstens beim Flunky-Ball. Ich kam nicht weiter. Zeit, Informationen zu sammeln. Ich ging in die Kneipe. Das Inferno war die beste Metal-Pinte weit und breit. Die Musik war laut, die Luft schlecht und der Alkohol billig. Und es war immer rappelvoll. Hier sollte doch irgendwer zu finden sein, der mir einen entscheidenden Tipp geben konnte. Ich bestellte mir ein Herrengedeck und setzte mich in strategisch guter Position auf einen Hocker. Von hier aus konnte ich den Raum überblicken und die Leute abchecken. Ein Pärchen, das anscheinend noch frisch zusammen war, brüllte sich gegenseitig schmalzige Zärtlichkeiten ins Ohr, um gegen das herrlich rasende Geballer von Dying Fetis anzukommen. Eine Gruppe auf 80er polierter Glam-Rocker schwallerten auf die Bedienung an der Theke ein, dass doch bitte mehr von ihrem Soundtrack zum Haare-undulieren laufen sollte. Das hier ist nicht der Sunset-Strip, Leute, dachte ich. Zwei Typen, die sich über die richtigen Gitarreneffekte für einen soliden Death Metal austauschten. Alles uninteressant. Ich hatte schon drei Herrengedecker abgedeckt und hatte mindestens zwei wieder in die Freiheit entlassen, als ich auf dem Weg vom Klo aus einer Menschentraube heraus Schlagworte wie Mord und abgeschlachtet erlauschte. Ich schnappte mir mein Bier und gesellte mich zu der Truppe. Tatsächlich unterhielten sie sich über meine Mordserie, allerdings stellte sich schnell heraus, dass sie nicht mehr wussten, als was in den Medien verbreitet worden war. Enttäuscht schlurfte ich zurück zu meinem Hocker, als ich aus dem Schatten ein grauhaariger Typ schälte und mich anzischte. Narren, das sind alles Narren. Er stierte mich an, als wäre ich das letzte Bier im Kühlschrank und ich wollte ihn erst stehen lassen und einfach weitergehen, aber keifte weiter. Nix fixen, diese Idioten. Das waren nicht einfach nur Morde. Idioten. Jetzt wurde ich hellhörig. Weißt du etwa mehr darüber, fragte ich ihn. Natürlich, spuckte er und ich musste meinen Ekel vor einem spürbaren, warmen Nieselregen auf meinem Gesicht unterdrücken. Oder sehe ich etwa aus, als wäre ich blöd? Ich schluckte eine Antwort runter. Blöd vielleicht nicht, aber ziemlich irre, wie Cat Weasel mit Jägermeisteratem und Judas Priest Tattoos. Ich überlegte ihn, nach seinem Namen zu fragen, um ihn auf mein Greyboard zu schreiben. Stattdessen lud ich ihn auf ein Bier ein und folgte ihm nach draußen. Drin, drin sind zu viele Ohren. Ohren aus Fleisch und Elektrik, brabbelte er, als wir uns vorm Inferno in einen Stromkasten stellten. Also, sag an, was weißt du darüber, redete ich Klartext. Misstrauisch sah er sich um. Na, denk doch mal selber nach. Ich verdrehte die Augen und zuckte mit den Schultern. Er schüttelte genervt den Kopf und richtete seinen gichtigen Zeigefinger auf mich. Die Regierung war's, die wollen uns loswerden. Aha, sagte ich mit sehr wenig Enthusiasmus. Und dafür hatte ich ein Bier springen lassen. Doch der Oldtimer war noch nicht fertig. Na, überleg doch mal. Wir Metalheads sind der letzte Widerstand. Überall läuft nur noch seichte Scheiße. Das ist Gleichschaltungsmusik. Die Plattenfirmen stecken mit denen unter einer Decke. Vergiss den Schrott mit Botschaften in rückwärts abgespielten Songs. Das geht heute alles digital. Das Gehirn ist eine Festplatte und sie spielen uns neue Befehle auf. Deswegen wollen sie auch nicht, dass wir noch Tonträger kaufen. Da funzt das nicht. Aber wir Digitalradio, geht das die ganze Zeit Einsen und Nullen, Einsen und Nullen, Annen und Aus, bis wir alle willige Konsum-Zombies sind. Spotify wird vom FBI finanziert. Das hab ich gelesen. Aha, sagte ich, während sich Fassungslosigkeit in mir breitmachte. Ja, klar. Aber wir Metal-Fans, wir sind die Rebellion gegen die Maschinen. Deswegen hassen die uns und wollen uns killen. Das ist der Endkampf, mein Junge. Er kletterte bei einem parkenden Auto auf die Motorhaube und dann aufs Dach und fing an, die Häuserfronten keifend anzuschreien. Aufwachen, ihr Schafe! Hört Maiden! Hört Priest! Sie wollen eure Gehirne programmieren! Lemmy kann euch retten! Bevor noch irgendjemand auf den Trichter käme, ich hätte was mit der plärrenden Zausel zu tun, verzog ich mich lieber und ging nach Hause. Der Ausflug hatte aus einem netten Rausch nichts gebracht. Es war Zeit, sich die Tatorte anzugucken. Zwei der Orte des mörderischen Geschehens lagen nah genug, dass ich mir das Benzin für die Fahrt noch leisten konnte. Als ich beim ersten Ausstieg überkam mich Nostalgie. Es war ein heruntergekommenes, verwinkeltes Fabrikgebäude, das ein alternatives, selbstverwaltetes Jugend- und Kulturzentrum beherbergte. Genau diese Orte laden, in dem unser eins seine Teenagerjahre zugebracht hat, das erste Bier getrunken hat, zu den Klängen von Metal, Deutsch, Punk und Hardcore, auf einem komplett versifften, nach Schimmel stinkenden Ledersofa vom Sperrmüll mit einem grünhaarigen Mädchen rumgeknutscht hat, sich im Moshpit ordentlich eingegeben hat. Ach ja, nochmal 15 müsste man sein. Egal, ich war ja nicht hier, um in Pubertätserinnerungen zu schwelgen, Morde waren geschehen und einer davon hier an diesem baufälligen Ort. Ich sah mich um. Ein paar einzelne Jugendliche waren anwesend und hauptsächlich mit Rummlungern beschäftigt und damit mich misstrauisch zu beäugen. Ein Typ fiel mir auf. Er war knapp zwei Meter groß, die Definition von schlagsig und etwa zehn Jahre älter als der Durchschnitt. Zudem schien er der Einzige mit sowas wie einem Puls zu sein und wuselte aufgeregt durch die Gegend. Er sah aus, wie ich mir den Leiter eines solchen Zentrums vorstellte. Er hatte kurze Haare bis auf zwei herumbaummelnde Dreads, trug etwas selbstgestricktes Unförmiges am Oberkörper und untenrum eine baumelde Hose, in die man wahrscheinlich bequem wochenlang reinscheißen kann. Guten Tag, sind Sie hier der Verantwortliche, sprach ich ihn an und hielt einen gefälschten Kripo-Ausweis hoch, gegen den die Agentenausweise aus der ÜPS hochgradig authentisch aussahen. Aber für ihn reichte es. Seine Augen wurden groß und vermutlich gingen ihm im Kopf die Wheat-Vorräte in seinem Büro durch und ob sie die erlaubte Grammzahl überschritten. Ich beruhigte ihn und bat ihn mir, den Tatort des Mordes zu zeigen. Erst sackte er leichter zusammen, dann schauderte er in Erinnerung an das Grauen, das in seinen maroden Mauern stattgefunden hatte. Er führte mich in eine ehemalige Maschinenhalle, deren einstiges Glasdach inzwischen nur noch aus einem rostigen Stahlgitter bestand und die nun als Innenhof und Raucherbereich diente. Der Leiter zeigte mir die Ecke, in der man die Leiche gefunden hatte. Schlimm, schlimm, murmelte er, und dass er bestimmt keine Metal-Konzerte mehr in seinem Haus veranstalten würde, wenn man da ständig fürchten müsse, dass da einer umgebracht würde. Naja, brummte ich, das ist eher die Ausnahme. Überzeugen konnte ich ihn damit wahrscheinlich nicht. Wenn ich gehofft hatte, irgendwelche Spuren zu finden, wurde ich enttäuscht. Nur ein paar Reste von Polizeiflatterband zeugten noch von der Besonderheit des Ortes, den Rest hatte der Regen, der durch das offene Dach gekommen war, weggespült. Enttäuscht ging ich wieder zum Auto. Am zweiten Tatort hatte ich mehr Glück. Die Leiche war in einem Flur im hinteren Bühnenbereich gefunden worden. Als ich den Besitzer der Konzerthalle fragte, ob man dort schon gereinigt und somit Spuren verwischt hätte, sah mich nur verständnislos an. Gereinigt? fragte er. Und tatsächlich war der Ort des Geschehens ein Saustall, wie er nicht unüblich in Konzerthallen ist, die schon länger in Betrieb sind. Es war ein breiter, schlecht beleuchteter Flur, in dem tonnenweise Equipment kreuz und quer stand. Jeder Quadratzentimeter der Wände war mit Plakaten von vergangenen Konzerten beklebt, und es standen ausrangierte Kühlschränke herum. Auf dem Boden war zwischen zwei Technik-Cases eine vertrocknete Blutlache zu erkennen. Da ist es passiert, informierte mich mein Gastgeber überflüssigerweise. Machen Sie die Tür hinter sich zu, wenn Sie gehen, sagte er, und trollte sich in sein Büro. Viel verriet mir dieser Tatort auch nicht, aber mir ging es auch mehr darum, ein Bild von der Gesamtsituation zu kriegen. So viel war sicher, wenn auf der Bühne gerade eine Band Death Metal ballerte, bekam sicher niemand was mit, wenn hier irgendwer abgemurkst wurde. Ich sah mich um. Einer der Kühlschränke war eingedellt. Bei genauerem Hinsehen bekam ich den Eindruck, dass diese Delle von einem einzelnen kräftigen Schlag stammen musste. Von der Höhe ausgehend musste derjenige, der diesen Schlag ausgeführt hatte, mindestens über zwei Meter groß sein. Daneben fiel mir ein umgefallener Stapel alter Stadtmagazine auf. Ich hob die oberen Hefte hoch und darunter hatten einige feucht gewordene Ausgaben ein Klumpen Pappmaché gebildet. Und in diesem Klumpen hatte jemand einen Fußabdruck hinterlassen. Nein. Keinen Fußabdruck korrigierte ich mich, während es mir eiskalt den Rücken runterlief. Einen Hufabdruck. Der vierte Whisky brachte die ersehnte Beruhigung. Nur noch leise klirrten die Eiswürfel darin ans Glas. Ich saß wieder in meinem Büro in meinem verranzten Drehstuhl und versuchte mich wieder einzukriegen. Erst die Fingerabdrücke und jetzt ein Hufabdruck. Ein sehr, sehr großer Hufabdruck. Allmählich musste ich mich der Erkenntnis stellen, dass an diesem Fall nichts normal war. Insoweit man bei einem Serienmord überhaupt von normal sprechen kann, versteht sich. Ich schloss die Augen und versuchte mich auf den Geschmack des mitpreisigen Alkohols aus den Distillerien Kentuckys zu konzentrieren, als es an der Tür klopfte und ich erschrocken zusammenzuckte. Die Tür ging auf und der Kopf meines Kumpels Plauze erschien. »Heiho«, grüßte er fröhlich, dann sah er mich und seine Miene zeigte leichte Sorge. »Was ist denn mit dir los? Ist jemand gestorben?« Ich bat ihn herein, goss ihm ein Glas Whisky ein und erzählte ihm alles. Er hörte interessiert zu und zu meiner Erleichterung glaubte er mir. Plauze kannte mich schon lange genug, um zu wissen, dass ich zwar ein Spinner war, aber keinen Mist erzählen würde. Als ich geendet hatte, sah er sich mit grausgezogener Stirn mein Greyboard an, das inzwischen üppig mit Fotos, Karten und Notizen bestückt war. Dann setzte er sich auf meinen Besucherstuhl, nahm einen langen Schluck aus seinem Glas und ließ das alles auf sich wirken. Plötzlich kniffer die Augen zusammen. »Sag mal«, sprach er gedehnt, »die Markierungen auf der Deutschlandkarte, sind das die Tatorte?« Das bestätigte ich. Er sagte, »Dir ist aber schon aufgefallen, dass Sie ein Pentagramm bilden, oder?« Ich ließ mein Glas mit einem lauten Knall auf den Tisch fallen. »Ich will verdammt sein«, ächzte ich. »Was war ich denn bitte für ein lausiger Metal-Detektiv, das mich Plauze erst auf sowas Offensichtliches aufmerksam machen musste?« Ich griff mir ein Edding und verbannte die Tatorte auf der Karte in Reihenfolge der Morde miteinander. Tatsache. Einige der Tatorte lagen auf den Eckpunkten, andere auf den Verbindungslinien, aber die Mordserie zeichnete unverkennbar ein gewaltiges Pentagramm auf die Karte. So viel Klischee konnte nur eins bedeuten, denn der Täter war aus der Szene. Niemand von außen tötete die Fans, sondern jemand von innerhalb der Szene. Es fehlten noch zwei, vielleicht drei Morde, bis das okkulte Zeichen vollständig war. Imaginär führte ich einen Strich vom letzten Tatort weiter und umkreiste eine Stadt. »Das ist es«, rief ich etwas zu laut und etwas zu begeistert. »Da schlägt der Killer als nächstes zu«, Plauze nickte zustimmend. »Jetzt müsste man nur noch wissen, wann es passiert, dann könnte man ihn auf frischer Tat ertappen und einknasten.« Er hatte recht. Fieberhaft dachte ich nach. »Die zeitlichen Abstände zwischen den Morden waren nicht gleich. Es ging nicht um bestimmte Daten. Ich glaube, es ging nur um die Gelegenheit. Er hat auf ein Konzert gewartet und dann zugeschlagen.« Ich setzte mich an meinen Laptop und rief die Tordaten für unsere nächsten Tatort auf. »Scheiße, nochmal«, fluchte ich. »Was denn?«, fragte Plauze. Ich drehte den Laptop so, dass er auf dem Bildschirm sehen konnte. »Das nächste Konzert ist schon heute Abend, das Spiel im Burning Ball.« »Oh, coole Entfuhrs, Plauze, die finde ich geil.« »Ja, ja, schon richtig, gab ich zurück. Aber nicht so cool ist, dass wir vielleicht zu spät kommen, um einen weiteren Mord zu verhindern. Wir brauchen vier Stunden und es schon kurz nach drei. Das könnte verdammt knapp werden.« Plauze zuckte mir den Schultern. »Sag doch einfach Trautling Bescheid, dass er ein Einsatzkommando dahin schickt.« Guter Einwand, das musste ich zugeben, aber ich schüttelte den Kopf. »Nein.« »Das ist eine interne Angelegenheit, das müssen wir selbst klären. Ich bin hier der Metal-Detektiv.« »Kommst du mit und hilfst mir?«, Plauze nickte. Ich nahm meinen Autoschlüssel und wir rannten los. Es war an der Zeit einem verdammten Serienmörder das Handwerk zu legen. Einem verdammten Serienmörder mit Hufen und merkwürdigen Fingerabdrücken. Als wir endlich an der Location ankamen, wurde es schon dunkel und die Party war im vollen Gange. Am Einlass zeigte ich wieder meinen gefakten Polizeiausweis und wir wurden anstandslos durchgewunken.« Plauze kicherte. »Dass du heute immer wieder durchkommst,« wunderte er sich. »Ich hole uns erstmal ein Bier.« Ich winkte ab. »Keine Zeit für Bier, wir sind nicht zum Spaß hier.« Plauze ließ die Schultern fallen und guckte wie ein getretener Biegel. Ich seufzte. »Na gut,« lenkte ich ein, »aber nur eins und beeil dich.« Flux machte sich auf den Weg zum Tresen und keine fünf Minuten später kam er mit zwei Bechern wieder. Die letzte Vorband war schon bei ihrer Zugabe. Bald würden Burning Boar die Bühne entern. Unsere Zeit wurde verdammt knapp. Aber wenigstens war das Bier kalt und lecker. »Was jetzt?« fragte Plauze. »Zum Backstage«, sagte ich. »Da irgendwo wird es passieren.« Mit offizieller Miene und hochgehaltenem Dienstausweis marschierten wir an der desinteressierten Security in die heiligen Katakomben hinter der Bühne. Es war eine dieser verwinkelten Locations, in deren Gängen man sich hoffnungslos verlaufen konnte. Während wir hörten, wie die Hauptband ihr Set auf der Bühne begann, durchstübernten wir hektisch Flure, Garderoben, Technik und Kühlräume. Nichts. »Vielleicht haben wir unser vertan«, schnaufte Plauze. Ich nickte. »Ja, vielleicht.« Dann erscholl ein Schrei, wie von einem verzweifelten Mädchen voller Angst. Wir rannten in die Richtung, aus der der Schrei kam. Als wir direkt hinter der Bühne ankamen, sahen wir ihn endlich. Wir hatten uns nicht vertan. Im Schatten stand er mit dem Rücken zu uns und er war riesig. Er hatte seine Arme erhoben und war offensichtlich bereit, sein nächstes Opfer zu töten. Das lag vor ihm und war ein dünner Dude mit Stirnband und hochtopierten Haaren. Er trug ein Shirt von Poison. Trotzdem kein Grund, ihn einfach umzubringen. Ich zog meine Waffe. »Krieg ich auch eine?«, fragte Plauze. »Ich hab nur die eine«, sagte ich. Er zuckte mit den Schultern, sah sich um und griff sich ein herumliegendes Metallrohr. »Hey«, rief ich und unterbrach damit den Schatten in seinem mörderischen Tun. »Deine Zeit ist abgelaufen, Killer. Ich bin Jack Sabbath, Metal-Detektiv und dein Arsch ist verhaftet.« Der Schatten wandte sich um und im Dunkel konnte ich die glühende Reflexion seiner Pupillen sehen. »Hey, Nikki Sixx wandte ich mich an das potenzielle Opfer. Sieh zu, dass du Land gewinnst.« Der Glamrocker rappelte sich wimmernd auf und trollte sich. Der Schatten wollte ihn aufhalten, aber ich hob meine Kanone und richtete sie auf ihn. »Keine Bewegung her«, stich ihn an, »oder ich durchlöcher dich wie ein Sieb.« Der Schatten verharrte und hob langsam die Hände. »Komm ans Licht und lass dich ansehen, sonnenscheinbefahrlich.« Einen Moment schien der Killer zu zögern, dann ging er zaghaft zwei Schritte vorwärts und trat in den Lichtkegel einer Deckenlampe. Mir fiel die Kinnlade runter. Du heilige Scheiße, stöhnte Plauze, und ich musste ihm Recht geben. Er nahm noch einen letzten Schluck aus seinem Bierbecher, warf ihn beiseite und umfasste sein Eisenrohr fest mit beiden zitternden Händen. Vor uns stand kein Mensch. Es war eine Kreatur, beziehungsweise viele Kreaturen in einer. Das Wesen sah aus, als wäre es ein groteskes Patchwork aus verschiedensten Monstern, die ein ungeschickter Frankenstein zusammengefügt hatte. Und dann erkannte ich, was für Monster man da gemixt hatte. Plauze schien es genauso zu gehen. »Siehst du auch, was ich sehe?« stöhnte er. Ich nickte. Da war die eine Gesichtshälfte faltig eingefallen mit einer leeren Augenhöhle, in der kleine Blitze um eine kleine glühende Pupille zuckten. Die andere Hälfte war ein Kürbis, dessen Auge man zugenäht hatte. Seine Ohren waren die eines grünen Aliens. Er hatte statt Haaren schloh weißes Robbenfell. Über seinem Mund war ein stählerner Maulkorb angebracht. Er hatte Stoßzähne von den Kettenherapien. Er trug eine Rütterrüstung und darüber gekreuzte Patronengurte. Lederne Fledermausflügel ragten aus seinem Rücken. Ein Bein endete an einem Ziegenhuf, das andere in den Klauen eines Greifvogels. »Du, du bist«, stammelte ich. »Du bist alle Bandmaskottchen.« Die Kreatur nickte und seine bedrohliche Haltung sackte etwas in sich zusammen. Es schien fast erleichtert zu sein, dass man es endlich gestellt hatte. »Ich wollte das alles nicht«, sagte es so leise, dass ich es über den Lärm des Konzerts kaum verstand. »Aber sie haben mich dazu getrieben.« »Dich dazu getrieben, unschuldige Metal-Fans zu töten?« fragte ich sarkastisch. »Unschuldig«, fauchte das Wesen. »Sie haben sich daran ergötzt, was meinen Teilen immer und immer wieder angetan wurde. In Schlachten niedergemetzelt, lebendig begraben, unter Strom gesetzt, ertränkt, verbrannt, zerstückelt, als Zombies wiederbelebt. Alle Leiden der Welt mussten sie durchmachen. Und wozu? Für Albencover und damit pubertierende Metalheads irgendwelche coolen T-Shirts tragen können, mit denen sich wer weiß, wie hart vorkommen können. Aber eines Tages hat's ihnen gereicht. Eddie, Snaggletooth, Vic the Rattlehead und all die anderen Band-Maskottchen haben sich manifestiert und zu mir vereint, damit wir uns endlich rächen konnten. Wir wollten doch nur in Frieden leben, vielleicht ein paar Hühner halten, abends den Sonnenuntergang genießen. Aber die Bands ließen uns nicht. Immer wieder neue Platten, immer wieder neue Leiden. Wir mussten was tun. Wir mussten einfach. Es sackte endgültig in sich zusammen. Mutlos. Kraftlos. Es tat mir leid und ich glaubte ihm. Aber da waren auch noch sieben ermordete Menschen, deren einziges Vergehen es gewesen ist, coole Shirts tragen zu wollen. Tut mir leid, was ihr durchgemacht habt, sagte ich. Aber nichtsdestotrotz muss ich euch den Behörden übergeben. Nein! Niemals! Der Schrei überraschte mich ebenso wie der Ausbruch. Mit einem Mal hatte die Kreatur seine Energie wiedergefunden und bevor ich reagieren konnte, hatte es meine Hand mit der Knarre zur Seite geschlagen und waren mir vorbeigestürmt. Es wollte fliehen, aber Plauze schnitt ihm mit geschwungener Eisenstange den Weg ab. Hektisch sah es sich um. Der einzig andere Weg war die Treppe zur Bühne. Mit zwei großen Schritten war es die Stufen hochgehechtet, riss den schwarzen Vorhang auf und machte Anstalten über die Bühne hinweg zu entfliehen. Das war der Moment, in dem Burning Boar ihre Bandhymne Burn the Boar begann, ein Song, der stets vom massiven Einsatz von Pyre-Effekten begleitet wird. Die Kreatur trat einen Schritt auf die Bühne, als eine gewaltige Feuersäule aufstieg und sie einhüllte. Ein unmenschlicher Schrei erklang, als der Sänger von Burning Boar in den Song einstieg. Ein allzu menschlicher Schrei erklang, als die Kreatur in Flammen aufging. Brennend und mit rudernen Armen torkelte sie auf die Bühne. Die Fans jubelten, die Band wunderte sich über den nicht abgesprochenen Stunt. Dann stolperte das brennende Wesen wieder zurück, fiel hintenüber und stürzte die stehlenden Treppenstufen hinunter vor unsere Füße. Ich schnappte mir einen Feuerlöscher und erstickte die Flammen, aber es war zu spät. Völlig verkohlt und vor Schmerzen stöhnt lag die Kreatur im Sterben. Sie hob eine Hand und ich kniete mich neben sie. »Es tut mir leid«, flüsterte sie. »Es tut mir alles leid.« »Sch«, machte ich und versuchte sie zu beruhigen. »Nicht reden. Hilfe ist unterwegs.« Sie schüttelte langsam den qualmenden Kopf. »Nein, es ist aus. Sag ihnen einfach, sag ihnen, dass wir nur mal einen Tee trinken wollten und vielleicht ein paar Hühner halten, den Sonnenuntergang genießen. Das wäre true.« Dann schloss es die Augen und vor meinen und plautes Augen löste sich sein verbrannter Körper in ein grünes Glühen auf, das rasch verblasste. Aus dem Konzertraum erscholl aus hunderten Kehlen der Ruf. »Zugabe! Zugabe! Zugabe!« Epilog Diese Geschichte hat kein gutes Ende. Nachdem die Kreatur sich spurlos aufgelöst hatte, gab es keinerlei Beweis für meine Story und Kommissar Trautling hatte mir geraten, mir den Gedanken an eine Belohnung in die ungewaschenen Haare zu schmieren. Offiziell war der Fall sieben ermordeter Heavy-Metal-Fans ungelöst geblieben. Nur Plautz und ich, wir wussten, was wirklich geschehen war. Inzwischen ist er mein Partner in der Detectei. Wir hatten versucht, Kontakt zu Künstlern aufzunehmen, die Albumcover für Metalbands gestalteten und hatten ihnen geraten, es mal mit Tee trinkenden Monstern und ein paar Hühnern zu probieren, aber sie waren gelinde gesagt nicht sehr offen dafür gewesen. Ich hatte mir ein paar neue Platten zugelegt. Auf einem explodierte dem Bandmaskottchen der Schädel, ein anderes war mit einbetonierten Füßen auf den Grund eines Flusses dargestellt, ein drittes schwamm in radioaktiver Flüssigkeit. Es würde wahrscheinlich nicht lange dauern, bis sie sich wieder manifestieren und nach Rache dürsten würden. Aber Plautz und ich, wir werden dann bereitstehen. Wir beschützen die Szene, wir kennen die Monster. Mein Name ist Jack Sabbath und ich bin Detektiv. Metal-Detektiv. Young Smoothie! Young Smoothie! Young Smoothie! Young Smoothie!